Ich bin hier in Bollies. Das ist ein neues Restaurant in Beverly Hills und die haben einen Weinkeller nach dem anderen. Da kann man sich alles raussuchen, was man so will. Da müsst ihr mal angucken, was es hier alles gibt. Ist der Hammer hier. Das ist noch einer von zwölf Weinkellern, die die haben. Da kann man sich raussuchen und sieht man hier die Preise. Da muss die Dinger kosten. Da ist für jede Preisklasse was dabei. Den mag ich sehr gut, sehr gerne. Das ist der Hammer hier. Vielen Dank.